Am vergangenen Wochenende konnten Besucher zum letzten Mal die Ausstellung Ex Machina zum italienischen Universalgenie Leonardo da Vinci bestaunen. Nach eigenen Angaben des Museums für alte Kulturen der Universität Tübingen statteten doppelt so viele Besucher wie sonst der Ausstellung einen Besuch ab. Insgesamt seien 60.000 Personen in das Tübinger Schloss gekommen. Zu sehen gab es rund 50 Holzmodelle von Maschinen, Fluggeräten und Waffen, die nach Zeichnungen von da Vinci nachgebaut wurden. Untertitelung des ZDF, 2020